Also, jetzt wird's Zeit, auf Nilo zu pullen. Und jetzt kann ich auch die Fragen beantworten, okay? Ich würde das... Okay. Nein, dann, nur aufwärts gemacht. Ja, einzige Frage, wie viel hast du gespart? Ja, ach, ja, okay, sorry, aber ich muss trotzdem kurz warten. Chill mal. Also. Du klingst so aufgeregt. Ich hab's grad vorhin sogar gezeigt. Man hat sogar meine Primal Gems gesehen, deshalb. Ich geh kurz hierhin erst. Okay, jetzt. Ähm, die ich gespart hab, war, glaub ich, irgendwie 100 irgendwas Pulse oder sowas. Also, ich hab guaranteed Nilo, aber ich muss eigentlich Primal Gems behalten für, äh, Mualani. Weil, Digga, die sieht so cool aus. Ich will so fett Mualani haben, das kann man gar nicht fassen. Allgemein bin ich kein Nahida-Fan, aber ich ziehe hier Nahida raus. Weil, you know, Nahida und Nilo sind eigentlich ein unzertrennbares Duo, was Meta angeht. Und... Ja, ich glaub, sie hat auch extra getanzt für Nahida. Das heißt, irgendwo... Ich weiß nicht, mit wem Nilo wirklich gut befreundet ist ansonsten. Ich glaub sogar... Ja, okay, theoretisch Dea, aber es ist nicht so viel wie Dea, sondern viel eher... Wie heißt die nochmal? Ähm... Naja, diese Frau da halt mit Dea, falls ihr wisst, wen ich meine. Äh, ich bin auch am falschen Ort. Ich glaube, ich musste woanders... Ich müsste woanders hin. Ich glaub, Nilo, wo Nilo getanzt hatte, war vor... Ganz unten. Ja, richtig. Oder, wo gehst du hin? Ja, ja, ich muss zu Nilo gehen. Zu Nilos Platz. Also, das Ritual ist, zu Nilos Platz gehen mit Nahida alleine. Weil, ich glaub, kein anderer Charakter macht jetzt so viel Sinn. Und... Wait, wo geht's denn? Kann ich nicht hier rein? Ähm... Na, Alter, ich hab... Ich hab... Ich hab die Struktur hier ein bisschen vergessen. Na doch, ich kann hier entlang. Genau, und dann hoffe ich mal, dass ich Early Nilo bekomm. Und... Ich will ne Kirara haben. Eine Kirara und Early Nilo wäre halt wild. Weil ich brauch die Primal Gems. Ich mach vielleicht auch noch ein paar Ten-Pulls auf dem Weapon-Banner, aber ich werd jetzt nicht irgendwie full reingehen. Wie gesagt, ich muss sparen für ein Molani. Äh, es wird halt sehr knapp mit dem Pulls jetzt. Ich hatte auch überlegt, ob ich überhaupt auf Nilo pullen wollte. Aber, ey. Ich muss. Und bevor ich das mache, kommt jetzt auch noch ein anderes Ritual. Ich kauf mir den Nilo-Skin. GG. Dacobi hat sich den gekauft. Warum? Der hat doch nicht mal Nilo. Doch, hat er. Was? Ja, mit dem Pulls vom Update. Ja, und da hat er sie natürlich bekommen, wer hätt's gedacht. Okay, das ist gekauft. Tatsächlich. Ich hatte die Crystals übrig, die Genesis Crystals, wegen den Welkins, die ich mir geholt hab. Und jetzt, wie gesagt, man sieht doch wie viel ich hab. 15.886 Primus. Plus 5 Puls, plus diese Puls. Ja, weiter. Das heißt, ja, okay, es sind 99, plus 5, macht 104, macht 116 Puls. Werde ich alles ausgeben? Absolut nicht. Aber, ähm. Offensichtlich. Ah, ne, warte. Du gehst eh nur, aber gehst du auf Waffe, ja. Ja, ich, ich will halt Seifus Moonlight haben eigentlich. Seifus ist halt schon eine starke Waffe. Wie hoch ist dein Pity? Äh, 10. Genau, 10. Okay, ja, das ist nicht. Seifus Moonlight. Äh, meinst du auf Wappenbanner oder auf Charakterban eigentlich? Auf beiden, eigentlich. Achso, auf Wappenbanner weiß ich's gar nicht. Ich glaub, da ist es nur, um ehrlich zu sein. Äh, Seifus Moonlight, ich schau mal kurz was macht. Element Mastery weiß ich, 165. Die Waffe ist großartig. Äh, Gain Energy Recharge for each Puls. Holy shit. Ja, das ist einfach. Die ist so gut. Auf R5, die ist so gut für Kasuar. Ja, aber auf R5, Digga, ich träum weiter. Du kriegst schon keinen C6 4-Star auf dem Banner. Und hier gibt's nur 3, hier gibt's 5. Das ist unmöglich, R5 zu bekommen. Äh, anyways. Ich sag gut, dass er auf R5 correct ist. Das stimmt. Auf jeden Fall. Dann würd ich sagen, fang ich an mit Nilo Puls. Ich hätt gehofft, dass Frosch noch mit reinkommt. Aber Murmeli gibst du mir deinen Murmeli-Gluck? Das versuche ich. Ah, okay. Lück und Gelack, Leute. Das ist es. 20. Schwurli Early 5-Star. Ja, okay, ne. Du versuchst das. Das ist immerhin etwas. Ja. Bestimmt krieg ich jetzt aber Nilo. Ich weiß gar nicht, was meine Fossen sind. Nilo, ich meine... Nicht Nilo, ich meine... Nilo, ich meine... Nilo, ich meine... Was? Das nervigste ist der Delay vom Discord-Call zum Stream. Okay, da mach ich einen Discord-Stream noch für dich. Ja, aber dann seh ich nicht... Also weißt du, dann sagst du schon so... Ja. Und dann bist du grad noch im Banner-Fenster bevor du aufholst. Schurli krieg ich... Ähm... Kirara. Kirara. Willst du Kirara? Ich summon Kirara. Ja, ich hab sie noch gar nicht. Kirara. Digga. Okay. Kirara. Hä? Wo ist der Forster? Kirara. Ah, fuck no. Das ist schlecht. Ich hab sie nie gesehen. Sie 10 oder so. Ich hab sie C5 jetzt. Ningguang. Okay, 30. Bitte early. Bitte early, bitte Kirara. Bitte early, bitte Kirara. Bitte early, bitte Kirara. Please. Nein. Jetzt will ich nicht. Ach, Mann. Ist aber guaranteed bei einer Forster-Karten, by the way, ne? Drei, vier, fünf... Bitte Kirara. Ich will eine Kirara. Sechs. Fast-Hort ist fine. Nehm ich mit. Yo! Oh! Oh! Wait! Express! Du hast sicher, dass ich keine Bestimmung dazu geben kann. Uh-huh? Meine Haare? Oh, ich hab sie, weil ich ein Yo-Kai bin. Nekomara, um zu spezifisch zu sein. Ich mach alles auf sechs, also doppelt so laut wie davor. So, jetzt. Jetzt. 40. Please. Please. Ja. Nein, nein, nicht. Ich krieg nichts early. Ich mein mein Luck ist einfach so shit. Ich mein, ich hab sogar... Ah, nein. KW. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. 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 Wusstest du, dass... Äh, dass ein Early 4-Star in etwa die gleiche Wahrscheinlichkeit hat wie ein Early 5-Star? Ich mein wie ein 5-Star in einem 10-Pull. Ich hab, ich lüg damit. Ein Early 4-Star in einem Single-Pull. Oder? Oh, Ninguang, natürlich. Ne, ich weiß es gar nicht. Um ehrlich zu sein. Ich hab, ich darüber scheiße. Das ist, glaub ich, tatsächlich nicht scheiße. Ja, jetzt hab ich die 6-Ninguang. Jetzt brauch ich gar keine Ninguang mehr, bitte. 60. Komm. Komm, please. Naja, okay. Das hab ich dein... Ich krieg nichts. Wollen wir die... Warum gönnst du nicht? Ich hab immer ne Q-Rable bekommen. Ja, aber schau, wenigstens geb ich dir deine Q-Rable. Ja, aber ich will keine Q-Rable mehr. Ich wollt eine. Nein, du willst die C-Six. Ich will sie so nicht C-Six haben. Ich weiß nicht mehr, was sie über C-Six macht. Ah, Sacrificial Rates und... Oh, ich dachte schon, das wär der Bell. Ah. Okay, 70. Wenn's jetzt nicht kommt, dann... Ja, okay. Okay. Okay, ich seh schon. Ich seh schon. Dann mach ich wohl gar keine Pulse-Often beim Liner, vielleicht. RIP. Ja, RIP. Nur noch ne Q-Rable. Okay. Ich weiß nicht mal, was ihre Q-Rable machen. Ich glaub, die Q-Rable sind nicht so... Oh, 7. Ich mach doch keine Pulse auf dem Weapon-Banner. Ich hab überlegt, ob ich's vielleicht mache. Q-Rable. 71. 72. 73. Und jetzt ist Increased Probability. 74 kommen sie vielleicht. Nein. 75. Noch mehr Increased Probability. Oh mein Gott. 76. 77. Hallo. Ich bin Nilou aus dem Zubair Theater. Wir haben einen Tanz für heute und es ist jetzt zu beginnen. Du kannst einen Ten-Pull auf Weapon machen. Wait, so kurz ist ihre Line? Ach egal. Warum sollte ich einen Ten-Pull machen können? Nachdorf. Vielleicht bekommst du die Weapon. Äh, Le. Ich meine, du kannst ein bisschen Pity bilden und wenn du die Weapon nicht bekommst... Ja, aber die Frage ist halt, wie viele Puls werde ich, dann habe ich Weyamuar da nicht garantiert haben. Oh, ja, ja, echt. Ja, komm, ein Ten-Pull, weil du es mir gesagt hast. Vielleicht. Vielleicht hab ich ja Glück. Nein, hab ich nicht. Aua. Fick dich. Das tut weh. Das war der schlechteste Take der Welt. Ich nehme nie wieder dein Advice. Das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Ich hab ne Bell bekommen. Ja. Tut mir leid, das bei dir einfach nicht funktioniert. Ja. Das ist... It's fucking Jova, Mann. Naaah. Naaah. Immerhin habe ich ihren Skin. Hm. Ich präsentiere dir... Again. Ich finde, das passt richtig gut dazu. Immerhin Nilo bekommen, aber das war guaranteed. Das war guaranteed. Weißt du, was ich da vorhatte? Das war ein 50-50 loss, by the way. Ich wollte nicht... Ich wollte... Ich wollte damals... Das war schon lange her, wie du sehen kannst. Das war vor über einem halben Jahr her. Ich wollte Sinuswaffe haben. Das war auch ein 50-50 loss. Und dann können wir noch schauen... Was denkst du, was ich bekommen habe? Der ja... Auf High Pity. Der ja auf High Pity. Und weißt du, was ich davor hatte? Das war, wie du sehen konntest, High Pity. Rate mal, wen ich noch bekommen hatte davor. Vor meinem Guaranteed... Vor meiner Guaranteed Current. Ich weiß nicht mal, wie viele Seiten es zurückgeht. Der ja auf High Pity! Der ja auf High Pity! Aber du bist noch ein bisschen live, Chingling, oder? Was? Heute bist du länger live, oder? Ne, heute bin ich unfassbar lang live. Also du siehst. Ihr. Ja, Zakobi kommt gleich. Wir haben was für dich vorbereitet, als du weg warst. Komm mal. Letztes 50-50, Diluc. Ignoriert. Zakobi kommt gleich noch. Wir haben was für dich vorbereitet. Ja, ich hab's verstanden. Dann hatte ich Guaranteed Jaimiko auf High Pity. Dann hatte ich Daya auf High Pity. Und dann hast du dein letztes... Basically Guaranteed. Also basically auf Guaranteed immer. Dann hab ich auf High Pity erst Chlorint Guaranteed bekommen. Und dann hab ich auf Guaranteed 5-Star wieder erst Daya bekommen. Und dann hab ich erst bei Guaranteed 5-Star. Also ich hab... Wie viele Pulls ausgegeben? Ich war... Also für meine wie viele Bender 5-Stars? Für drei Bender 5-Stars hab ich... Ich war auf Seite über 30. Das kann nicht, Zero. Wie krass das ist, dass du immer... Es ist halt actually insane. Und das war auch Late Pity bei Dodeharan. Der war Late Pity. Ich kann dir mal kurz zeigen. Also wie viele... Ich muss sagen, der Diluc war glaube ich Early. Das muss ich sagen. Der eine Diluc, der war Early. Aber ansonsten hab ich für drei Bender 5-Stars wie viele Pulls ausgegeben? Lass schauen. Ja, Miko. Nee, ich war Diluc... Die Diluc... ... ... ... ... ... ... 72 mal 5. 72 mal 5. 72 mal 5 macht... Warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Äh... 72 mal 5 macht 360 plus nochmal die Pulls, die ich davor gemacht hab, weil die wurden noch nicht reingezählt. waren ja nochmal 60 Pulls minus 4, weil es war auf 76 Pity. Das heißt 76 plus 360 macht 436. Also im Resümee... 3 Banner... ... 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 und davon sind das auch noch zwei die 50 50s die ich verloren habe sind zweimal an den schlechtesten 5 star im game und einmal an einen charakter der nichts von constellations bekommt und ich hatte ihn schon auf C0 also wenn ich ich sag ehrlich wenn ich DA hätte ich würde lieber eine DA-Com nehmen als eine D-Lock-Com ja das auch das stimmt aber ich spiele DA aber der ja ist unspielbar so oder so lag einfach nicht vorhanden ja ist einfach nicht okay da ist das Dings gespawnt Alter ich bin wieder sauer ich habe auch insanes Unluck du kannst gar nicht fassen wie schlecht mein RNG war ich habe mich irgendwo hingesetzt im Bus als wir zurück gefahren sind und die Lene ist kaputt gegangen sie ist nicht kaputt gegangen als ich drauf saß sondern sie war davor schon kaputt ich habe selbst nicht bemerkt dass sie kaputt war mein Sitznachbar hat es bemerkt er saß in dem Sitz auf der herfahrt vor acht tagen das heißt er hat es bemerkt hat den Schaden nicht berichtet okay dann kommt der Busfahrer hat es erkannt als ich auf dem Bus saß und hat gesagt oh da ist ein Schaden ja sorry aber du musst dafür aufkommen ich habe es nicht mal gemacht und mein Sitznachbar ich frage den kannst du es dem erklären dass ich das nicht war er so nö warum erklärt er es nicht er hat einfach keine Lust ich ich habe nicht mehr nachgefragt ich dachte mir so digga okay ne dann halt nicht du und so der hat schon davor sehr ähnlich gehandelt deshalb dachte ich so okay wenn ich ihn jetzt danach frage wenn er nö sagt ich kann ihn nach einer Begründung fragen du musstest du jetzt dafür aufkommen ja ich werde nicht dafür aufkommen müssen in der Hinsicht dass ich das jetzt direkt bezahlen muss das macht dann halt die Versicherung ja es ist trotzdem dumm ja es ist trotzdem dumm richtig ich habe einfach das schlechteste RNG einfach das ist insane Bro das kann nicht sein und by the way noch eine Sache noch ein Stuhl RNG okay noch ein Stuhl RNG ähm am vorletzten Tag bevor wir abgereist sind ist die Lehne vom Stuhl kaputt gegangen auf dem ich mich hingesetzt hatte ich wiege übrigens 59 Kilo 58 zu dem Zeitpunkt und habe mich nur ganz gewöhnlich angelehnt der Stuhl ist scheinbar 100 Euro wert und als ich mich angelehnt habe ist der zusammengeklappt Lehne plus untere hintere Stuhlbeine sind einfach zusammengeklappt und es hat mich fast gemauelt also what das kann nicht sein Bro what the fuck ich seh mir so das kann ja eben das kann nicht sein die Kraft mit der ich mich angelehnt hatte waren vielleicht 10 Newton du kannst dir ja vorstellen mit wie viel Kraft du dich anlegst also mir ist doch nun in meinem Leben ein Stuhl kaputt gegangen auf dem ich drauf saß ja mir auch nicht das ist das erste mal dass es passiert ist Dithithio Bro how ich weiß es wirklich ich hab schon zwei zwei oder drei mal beim selben Stuhl die Lehne abgebrochen bei unseren Gartenstühlen die Sitze oder Sitz streben ja aber das wahrscheinlich auch irgend so ein Stuhl der bei dem das jetzt eher normal ist ey mir fällt grad auf ich hab die Barfuss Gang Nahida, Kirara und Nilu Oh, so geil! Oh nein! Oh nein! Akirara ist eine Katze. Schön, dass du wieder zurück bist, Chingling, für die Feetpicks. Ich hab dich schon vermisst. Ja, klar. Immer wieder gerne. Safe werde ich auch noch mehr reinführen. Nein, ich hoffe doch. Naja, falls du nicht verstehst, um was es geht, Geo-Arcon, du ist alles gut. Du hast nichts gehört. Was wolltest du eigentlich von Zakobi, Momeni? Nice. Er meinte eben, du wolltest dich mit ihm treffen. Oder du wolltest mit ihm reden. Nein, er soll in den Chingling Hall. Weil wir haben ja was vorbereitet für Chingling. Ich sammle jetzt erstmal die Sachen hier ein. Ach man, ich bin wirklich wieder kaputt. Kann nicht sein. Ich hab jetzt auch nicht mal Seifus bekommen, nicht mal R1. Omega Snatch. Vielleicht werde ich noch ein bisschen pullen, aber heute nicht. Ich werde Nilo Dockhands Assistant geben. Und ich glaube sogar, Leyla hat die Artefakte, die ich Nilo geben wollte. Das heißt... Ich schau ganz kurz nach, was Leyla hat. Ähm, ich wollte... Ne, habe ich... Ne, Nilo hat nichts. Ich meine, Leyla hat nichts. Egal, äh, Dockhands Assistant hat meine Nilo jetzt. Ist halt die zweitbeste Waffe, glaube ich, die man Nilo geben kann. Ist trotzdem deutlich schlechter als die Signature natürlich mit weitem Abstand dabei. Ansonsten, glaube ich, gehe ich gleich in die Grinding Session rein. Wo ich erstmal alles nachholen muss und dann fange ich an mit der Quest, glaube ich. Also, ja, ich bin einfach doppelt und dreifach und vierfach gebrochen. Ich dachte, jetzt habe ich so schlechtes ING im Urlaub gehabt. Kann ich doch bestimmt mal ein bisschen gutes ING in-game haben. Nein. Nein. Ähm. Smatch. Moment. Smatch. Ganz kurz, das nochmal rein. Ja.